Es war einmal ein Dino und er hatte nur einen Traum, nicht Ballett zu tanzen. Aber dann kam der Alpaka und schießt mit seinen Laserstangen auf den Dino. Aber dann kam der Zauberesel und der Zauberesel machte das Alpaka so lieb, dass Alpaka und der Dino heiraten in einem schönen Palast. Dann öffnet sich ein Wurm noch und die Dino von der Taschmasch in die Hochzeit. Was aber gar nicht geht, weil Wurmlicher gibt es gar nicht. Feuerbote, Apfel, Mienangriff! Eine von zehn exklusiven Schleichfiguren, jetzt im Happy Meal.